Der Equonet Pony Cup hier aus Fahrach ist entschieden und neben uns stehen ein altbekanntes Gesicht, nämlich Ludovica Goesaura, die Doppelsiegerin von heute, Gratulation. Und ein ganz neues Gesicht im Equonet Pony Cup, nämlich Moritz Lichtenstein. Vielleicht fangen wir mal beim Herrn der Schöpfung an. Sag, wo kommst du so plötzlich her? Wer bist du überhaupt? Erzähl uns einmal, wenn wir da so vor uns stehen haben. Wo reitest du zum Beispiel? Also ich reite beim Jörg de Maingau in Hetzmannsdorf und ich habe angefangen zu reiten beim Jörg de Maingau vor zwei Jahren und bin jetzt auf meinen ersten Casino Grand Prix Turnieren und ja. Du reitest erst seit zwei Jahren? Beim Jörg, aber davor bin ich noch bei anderen. Okay, jetzt ist mir mal kurz das Herz stehen geblieben. Okay, ja gratuliere und du bist, ich muss dazu sagen, wir kennen den Jörg alle, der ist immer emotional und er ist während du geritten bist neben mir gestanden und hat dann so laut gejubelt und gesagt, das war dein allererster Grand Prix, das erste Mal 1,25. Wow, was ist dir denn da beim Start durch den Kopf gegangen, bitte? Also das erste offene Wasser und die ganzen Faktoren im 1,25 und auch die Höhe, ich bin noch nie so hoch gesprungen und deswegen war es natürlich überwältigend am Ende dann fehlerfrei durch den Parcours zu kommen. Der nächste Pony Cup in Breding, bist du da dabei? Nein, da bin ich leider nicht dabei, aber dann beim Finale in Kammerschärfling, sehr gut. Dann fragen wir gleich mal bei der Lu nach. Lu, wir kennen dich schon, du bist immer erfolgreich, aber heute hast du gleich mal doppelt zugeschlagen. Nämlich mit Rusty im kleinen Pony Cup und dann im großen mit welchem deiner zwei Pferde? Mit der Lilly Vanilli. Du reitest drei verschiedene Pferde in so kurzer Zeit, wie kannst du dich da auf die Geschwinde so umstellen, sag einmal? Es war sehr, sehr stressig und ich hatte kaum Zeit für das eine Pferd zum Aufwärmen, aber man schafft es dann irgendwie immer. Du schaffst es irgendwie immer, das merkt man. Was geht denn dir überhaupt noch so, wenn du am Start bist, durch den Kopf, bist du überhaupt noch nervös? Ja, natürlich bin ich noch nervös, aber ich gehe den Parcours dann einfach noch ganz oft durch und dann so, bis ich mir sicher bin. Und dann bist du sicher und dein Pony auch, ne? Ja, manchmal. Meistens, muss man sagen. Also ihr zwei, gratuliere euch zu dem coolen Erfolg heute. Man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es vorher schon gesagt haben, du bist Zweiter geworden heute. Also mega und das gleich im großen Pony Cup. Vielen, vielen Dank ihr zwei. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg und viel Spaß an diesem Wochenende. Danke. 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 Danke.